Mit Profilen können Sie Einstellungen für die Aufnahme speichern und wiederverwenden. Um ein neues Profil zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche Profile Plus unten im Capture-Fenster. Am schnellsten geht es, wenn Sie auf Neues Profil mit aktuellen Einstellungen klicken. So werden Ihre aktuellen Einstellungen als Profil gespeichert und Sie können sie mit einem Klick wiederverwenden. Wenn Sie die Einstellungen für Ihr Profil lieber im Einzelnen festlegen möchten, klicken Sie auf Neues Profil. Das Fenster Profil bearbeiten mit allen Einstellungsoptionen für die Aufnahme wird angezeigt. Wählen Sie die gewünschten Einstellungen aus, zum Beispiel für eine Bildaufnahme mit Auswahlbereich und Rand, die an Screencast weitergegeben wird. Vielleicht aktivieren Sie noch die Option Inzwischenablage kopieren. So können Sie das Bild auch gleich bequem anderswo einfügen. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Profil speichern und geben Sie dem neuen Profil einen Namen. Sie können Ihrem Profil eine Kurztaste zuweisen, damit Sie es jederzeit starten können, ohne das Capture-Fenster aufzurufen. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Fertig! Probieren Sie es am besten gleich selbst. Möchten Sie wissen, wie Sie Ihre Aufnahmen mit den Werkzeugen von Snagit bearbeiten und verbessern können? Dann schauen Sie sich die anderen Tutorials an.